Hier sind Fahrstühle. Ja, aber die gehen ja auch raus. Da bin ich letztes Mal mitgefahren. Adi? Warum schießt der auf mich? Was hast du gesagt? Wir haben eine Pistole. Warte. Vor allen Dingen bin ich gerade da vorne, wo die ganzen Leute sind und auf einmal schießen alle auf mich. Ich habe den Fahrstuhl angeguckt, auf einmal schrie der hinter mir, Halt, Stopp. Wenn der andere mich schießt. Die sollen wir bestimmt nicht nehmen. Okay, also wir dürfen die Fahrstühle nicht nehmen, gut. Und auf einmal von jeder Richtung schießen sie auf. Ich bin das der erste Wetter, gerade wenn jemand bei dir schießt, kann ich aber mit so einem Tag. Am nächsten Mal, während ich sterbe, Adi, girl, hat die Wache alarmiert. Ach. Ich wollte nur gucken, ob man mit der... ...dankst du durch die Metalldetektoren ohne den Alarm aufzulösen, wenn du eine Wache aufnimmst. Don't worry, Metalldetektoren don't pick up ceramic weapons. Höh! 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 Hallo? Wer hat... Was heißt so, Badri, ist doch kein Alarm! What the fuck? Wieso nehme ich mir nicht seine Waffe? Die laufen hier aktuell synchron. Irgendwie macht mir das gerade Schwierigkeiten. So. Hier klar. Nein! Nein! Was? Was? Weißt du, was witzig ist? Das Ding ist hier komplett kaputt. Muss ich jetzt auch mit rum? Nein! Warte! Ich hab's mal gegen eine Wonkling in die nächste Uhr! Meine Güte! Da! Bleib! Ich hab mich verletzt! Oder ich... Ach nee! Scheiße! Hier ist ja eine Kamera, die hab ich ganz vergessen. Ach du Kack... Oh, oh, oh! Hat keiner gesehen! Ich schwöre, es hat keiner gesehen! Guck mal! Die Tür ist offen! Lass uns gehen! Ja! Nicole freut sich wohl! Ich sag dir bestimmt, wenn der andere mal kommen sollte. Er kommt. Ich komm hier nicht mehr rein! Oh mein Gott, ich komm hier nicht! Oh mein Gott, ich komm hier nicht! Oh mein Gott, ich komm hier nicht! Warte, er hier kommt! Nein, es bleibt versteckt! Okay. Ich versuch mein Glück. Weil er sich gleich sieht, Adi, wenn du da so rumschwürst. Er darf nur nicht nach mir gucken. Was hat der gesagt? Der läuft gar nicht weiter. Nein, das ist zu nah an der Kamera. Aua! Wir müssen den, wenn er gleich nach hinten hingeht, dann müssen wir raus und den... ... 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 Wollte den boxen, aber ich hab den gedreht. Der ist zwei Kilometer. Halt es ab! Das Dumme ist jetzt, wenn wir es jetzt nochmal machen, die laufen ja nicht wieder so, wie jetzt gerade. Doch, müssen die. Ich zwinge die dazu. Das war an sich eigentlich perfekt. Der eine nur auf der einen Seite, der andere nur auf der anderen Seite. Ich habe mich von hinten angeschlichen. Ich war wohl zu langsam oder so, aber anstatt zu boxen, hab ich den gedreht voll in den Arsch. Der ist drei Meter weiter nach vorne. Ich hab mich doch richtig in die Kamera. Kamera. Nicole rechnet mit meiner Dummheit. So, und jetzt? Ich versteck mich ganz zur Zeit hier schon. Äh, ich bin aber an der Wand. Es ist okay. Jetzt. Wir gehen einfach schnell hoch. Ich sehe die Leiche nicht, ich sehe die Leiche nicht. Äh, bist du drin? Ich bin weg vom Fahrstuhl. Adi. Lass mich raten, du stehst noch im Fahrstuhl. Ich bin weg vom Fahrstuhl. Aber wir kriegen jetzt Probleme. Jetzt werden wir erwischt. Wir werden erwischt. Wir werden erwischt. Wir werden erwischt. Wenn du den Kerl nicht abbringst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der ist der Schiff. Wieso? Ich kann... Für einen kurzen Moment dachte ich, der lebt noch. Oh Gott. Oh Gott, ich hab die Kamera vergessen. Ist okay, alles gut. Lauf. Lief alles nach Plan. Was hatten wir denn? Hatten wir auch gefragt? Ach, der eine Typ kommt gleich noch wieder hierhin, ne? Denk dran. Adi. Ich vergesse das jedes Mal. Der hat dich gesehen. Ich weiß. Ich bin der Teufel. Komm, ich wollt schon mal jemanden... Ich will jemanden knüppeln. Jetzt schießt sie mir auch noch die Kamera weg. Hast du nicht schon Platin? Ne, ich glaube nicht. Wart. Jetzt. Da ist die Kamera. Aber die Kamera ist weg, genau. Dass wir da hinten das auch nicht mitbekommen. Und jetzt müssen wir... Den da hinten noch irgendwie... Wollen wir den auch umbringen? Weiß ich nur nicht. Irgendwas müssen wir tun. Irgendwas müssen wir tun. Ich will verstehen! Irgendwas müssen wir tun! Irgendwas müssen wir tun! Oh Adi, der sieht den gleich. Die Kamera! Okay, ne. Weg! Wir gehen mit Fahrschul hoch. Und hoffen, dass er den nicht sieht. Entriegeln! 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 Ich komme! Hab ich! Wir müssen jetzt hoffen, dass wir so viel Zeit haben, dass wir bis uns umgeworfen kommen. Wo auch immer... Warte. Wo sind denn die Waffen? Warte. Im Wäscheraum. Wir gehen rechts. Adi, da kommt einer. Der Übliche. Nicole, das ist alles normal. Das ist das Übliche, was wir sonst auch immer haben. Okay, du gehst als Erste. Nein! Adi. Der hat sich umgedreht. Ich dachte, der geht durch. Habe ich! Das ist das Volk Road. Aber IT caracter 발� 330- Was ist das? Was ist ja 40 visor 150 G 주민? Wie sagt es das Euro weekend? Die erklären Einnografie ist ein perd computers. Und das ist Class Marketing für das Kil濃 wird Polmann sehr jung. Ich denke, der geht über sie. Versüman cores. Vielen Dank.